Motto des Tages Susanne und ihre Susannerl und die Berg-Trophäe Die hat sie nämlich gerade auf dem Hintern gesetzt Diese Trophäe werden wir nicht anschauen Aber die hat sie auch noch gebläht auf der Hand und am Ellbogen und an der Hand erwischt und das ist ein bisschen blau und das brennt ein bisschen Tja Es wird ein wenig rumgejammern Es wird ein wenig rumgejammern, das brennt ein wenig Aufpassen, dass es uns nicht nochmal hinsetzt Trail laufen heißt einmal verlaufen und einmal hinfallen Es ist bloß die Frage wie weit verlaufen und wie schlimm hinfallen Blöder Spruch, ne? Es sind immer tiefe Stücke Ja